Sternenmedium Daily zum heutigen 15.10.2024. Herzlich Willkommen und heute ganz wichtig, schau genau hin, was ist. Denn es wird viel leichter, wenn du erkennst, die Tatsache, anstatt Widerstand aufzubauen und dir zu denken, wie es denn sein sollte, interpretiere nicht hinein, projiziere nicht hinein, sondern schau ganz kühn auf die Dinge. Wenn du sie erkennst, so wie sie sind, dann manifestiere, doch baue keinen Widerstand auf. Das ist ganz, ganz wichtig. Akzeptiere, anstatt Widerstand aufzubauen. Im Verlauf des Tages kommt bei den meisten eine Energie aus der Vergangenheit. Durch die Gedanken, ein Gefühl aus der Vergangenheit kommt in euch hoch und ich denke, einige werden einen ganz, ganz großen Aha-Effekt bekommen. Längst vergessenes, doch ab und an gesuchtes, heute präsentiert es sich. In diesem Sinne, happy day, bis morgen, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.